Diesen Film sollten Sie nicht versäumen. Todesbuch der Shaolin. Männlich. Spektakulär. Das unglaubliche Aufgebot von 3500 Kriegern, auf die das Publikum drei Jahre gewartet hat. Die Schildkämpfer! Todesbuch der Shaolin. Ein Epos der chinesischen Geschichte. Über Patriotismus. Über Heroismus. Über Selbstaufopferung. In Blut geschrieben. Todesbuch der Shaolin. Sehen Sie den letzten Auftritt eines Mannes, der sich selbst opfert. Todesbuch der Shaolin. Sehen Sie die Ergebenheit dreier Männer. Sehen Sie die Söhne Chinas. Zuerst im Kampf. Zuletzt. Lächeln. Die Herzen, die ihr nirgendwo sonst kaufen könnt. Wir organisieren einen Aufstand gegen Sie in Litau. Wie viel werdet ihr mir bezahlen? Was? Bezahlen? Wir kämpfen für unsere Freiheit, nicht für Geld. Siehst du nicht, dass Männer für ihr Land sterben? Nein, es gibt kein Geld. Todesbuch der Shaolin. Fremde Einbringungen. Grausamkeiten. Auch in Blut geschrieben. Chinesische Weisheit. Voll demonstriert. Chinesische Großmut. Vollkommen gerechtfertigt. Beim tödlichen Auftritt in... Todesbuch der Shaolin. Der Geschichte machen der Actionfilm. Todesbuch der Shaolin. Dazu die millionenteure Starbesetzung. Todesbuch der Shaolin. Ein Film gemacht für das männliche Ich. Todesbuch der Shaolin.